Überraschung im Reality-TV-Land Ariel Rippegater, 33, und Melody Hase, 29, haben ihren Job bei B. Real verloren. Die beiden Powerfrauen, bekannt für ihre aufregenden Einblicke in Echte Promis, Echtes Leben, sind offiziell nicht mehr Teil des Custs. Doch keine Sorge, liebe Fans, Ariel und Melody haben noch einige aufregende Episoden in petto, die euch den Atem rauben werden. Im Podcast UNEcht teilen die Freundinnen die Neuigkeiten und verraten, dass sie trotz des überraschenden Rauswurfs weiterhin für euch vor der Kamera stehen. Erfahrt, was wirklich hinter den Kulissen passiert und seid gespannt auf die letzten Auftritte von Ariel und Melody in B. Real. Die Gerüchteküche brodelt, sind die Geschichten der Reality-TV-Sternchen etwa auserzählt? Laut Ariel und Melody mag das für sie gelten, doch andere bekannte Gesichter wie Eric Sindermann, 35, und Kaderlot, 51, sind weiterhin am Start. Bleibt dran und erlebt mit, wie die Spannung steigt. Ariel und Melody, wir können es kaum erwarten, was ihr noch für uns in petto habt.